Ja, der legst mich voll, Jungs. Das ist ganz alt. Das hier ist der beste Platz. Da zieh ich uns voll drüber. Der schminkt da auch ganz nett. Das ist ein Riesentrum. Ich gucke, dass ich so Riesenteile sehe. So ein Trunk. Brutal. Erst bist du steppert. Die geht für echt gut. Ich hoffe, dass ich mir viel aufgetaucht bin. Ja, viel rein da oben. Jetzt schau kurz zu dem. Schau her. Schau her. Sehr schön zu können. Ich weiß nicht, ob du es nicht glaubst. Ja. Der Pilot wird jetzt auch noch gut. Jetzt Looping, oder? Ja, schon fast. Brutal, Alter. Ja. Fassrolli. Oha. So du uns gesehen. Jetzt gibt es ja gar nicht. Ich gucke jetzt. Jetzt ist es Looping. Oha. 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 Das ist ein Weidehunter. Das ist vielleicht. Täuscht mich das oder bürgst du da die Flächen? Nein. Nein. Abschwung. Ja. Eine Rolle. Ja. Eine Rolle drauf. Du messst drei Pilotnesteier an dir, gell? Mhm. Sind du drei Pilotnere? Ja. Echt? Ja. Die messen sich erst einmal gut fest ein. Ja. 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 Ich habe die Angläder noch etwas her. Ich habe nicht so Späser rumgeflogen. Ja, sicher. Ich habe mich vollgegeben. Messen, oder? Ich glaube ich bin. Das gibt es ja nicht. Ja. Ich habe ganz neu gescheiße. Und ein Bogen. Der setzt mich runter. Was meinst du da, wenn es Fly-by-Wire ausfällt? Ist da reingedruckt, dann darfst du in die Ruhe da. Der ist die Welt für dich so. Das gewahrt war vielleicht nicht. Du bist genauso wie gut.